Willkommen zurück zu Empyre in dem Galactic Survival. So, ich habe jetzt zumindest soweit erstmal alles vorbereitet, ein bisschen Zeug gecraftet, mir ein paar zigtausend Munitionen mir besorgt, ein bisschen Essen und Trinken eingepackt und nun geht es auch schon los Richtung den kleinen Zino-Waffen, wie war das richtig gewesen, Zino-Waffen nachher, ganz genau. Ähm, das Ding hier soll mir mal ein bisschen Schutz mitgeben, ich gucke mal, wie ich nochmal die, äh, Geschütz, Negan-Geschütz, ja, Alien, Geschütz befestigte Waffen, ja, eigentlich würde es so eben dementsprechend da, sollte es doch zureichen, das Ganze. So, jetzt muss ich gleich nochmal kicken, wo ich eigentlich richtig hinmüsse, ähm, da so grob bin ich erstmal richtig, grob Richtung Nordösten erstmal, dann machen wir aber hier das über den kleinen See hier erstmal mit, so, dass wir da eventuell immer ein bisschen schneller vorankommen, ja, fahren wir hier gleich mal mit rüber, müssen wir so oder so nochmal kicken, wo wir hier mit lang kommen. Ich will mal hoffen, dass es jetzt der dritte Versuch, denn aller guten Dinge sind drei, ah, jetzt kommen natürlich die Drohnen, ich hab natürlich, aber wird da neue Waffen aufgestellt, äh, hallo? Ah, dieses Pinke hier immer, ja. Äh, wir nehmen mal hier ein bisschen Abstand von und gehen mal hier, glaube ich, mit durch, war das hier gewesen. Weil da müssen wir uns jetzt ja nicht mit anlegen, das ist, ich hab auch schon überlegt, ob ich mal einen schnellen Abstecher mit dem Ding hier mache, ähm, weil, äh, wie gesagt, äh, eben gerade ja hier schaut, dass richtig auf Waffen eigentlich abgezielt werden, hier mit dem Ding, aber dadurch, dass das in so einem kleinen Lara, also nicht Lara-Tal, sorry, äh, mit drin ist, ist das, denke ich mal, doch relativ schwierig, da ringsherum schön zu kreisen. Na, kommst du ja hier. Bisschen Multi, äh, Äh, lass mal uns mal hier runterfallen. Ne, da müssen wir mit hin, dann gehen wir mal hier rüber mit. Sind wir auf drei Meter eigentlich, ja. Hä? Ach, da lag noch ein, ein Rucksack. Ja, wo ich das letzte Mal mit gestorben bin. Was hier eigentlich Richtung Ostenmeer? Äh, wenn ich überschlagen muss, hier jetzt hier nicht. Ja, da muss ich mit hin, hier ist der kleine Wald. Das kleine, das, der kleine Wald, ja, weh. Da oben habe ich noch einen Rucksack mit. Blaspatrona, ne, ne, Blaspatrona ist das da oben. Äh, Lassen wir ihn hier schweben, denn, oder, wie beim letzten Mal. Dann lassen wir ihn aber zumindest mal ein bisschen mit ab. So, dann schauen wir doch mal. Ich habe extra nur mein Scharfschützchen hier mit eingepackt. Jetzt muss ich mal einen Schluck trinken, Entschuldigung mal. Oder war das denn doch keine so gute Idee? Na, ich werde mal die Pistole hier mit rausholen. Wo habe ich denn die eigentlich mit hinschmissen, ja? Ach, ne, die habe ich ja nur mit einem Inventar. Äh. Die habe ich ja nur ins Inventar mit reingepackt. Oh, zwei Plasmatronen, ey. Ne, ja, sorry, nur einer. Also doch keine Action, ja. Noch Action hebt das schon genug, ja. Ist das da ein... Oh, ja. Ist... Ich habe zwar schon ein 27 Zoll Bildschirm, aber irgendwie... Ich hab noch mit dem drasten einer, oder? Ok, das ist dann doch vorbei, Anja. Ah, hier können wir nicht so geil hoch. Ui, oi, 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 oi. Hallo? Zum Glück habe ich mir eigentlich das Sensor tatsächlich nicht gepackt, ja. Oh, jetzt kommt die Plasmadrohne. Kannst du mal bitte schießen? Danke. Ah, nee, wir nehmen noch nicht. Wo ist denn das scheiß Vieh? Ja, unbedingt, ja. Boah, das war mal Schwein gehabt ohne Ende. Ja, 10 XP habe ich denn jetzt so dolle getroffen, dass er explodiert ist, oder? Ui, och. Habe ich heute ein Mehl, ey? Heute muss es was werden, ey. Ich stelle mich aber auch an, ey. Mal ganz ehrlich, ey, oder? Jetzt muss ich mal hier doch in die andere Richtung mitlatschen. Dass die sich da erstmal nicht so kalibrieren können. Oh, ich hatte das eigentlich mal, es hing eigentlich relativ razi-fazi, wo ich mit den Waffen immer geschossen habe. Oh, da ist der hier oben mit. Oh, da ist der hier oben. So, jetzt werden wir aber hier in der Nähe und spawnen. Vor das Thema, das bin ich jetzt erleid, hier. Aktueller Standort. Da habe ich zwar weniger Sauerstoff und so weiter alles, aber das ist mir relativ jetzt egal, hier. Hallo, war das so dicht dran hier, ey? Äh, äh, oder wärmer? Hm. Ja, ein paar Schüsse habe ich ja noch. Das Ding würde nicht kaputtieren. Hä? Oh, das ist jetzt so ungünstig gelegen. Äh, den muss ich doch in die Haare ran. Das bringt ja nur nischt hier. Da, äh... Ja, wohl. Bist du irre, oder was, ey? Verfolgt mich höchstens der blöde Köter da, oder? Ja, noch näher ran geht's ja wohl nicht, ey. Hallo, was machst du da? Darf ich hier höchstens nur noch meinen Rucksack holen? Wenn ich's irgendwie hinkriege hier. Hm. 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 Und schnell weg hier. Ja, na ja, da muss ich eigentlich rin raschen. Ähm, ein bisschen zumindest. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich, ähm... Weil so viel hält ja mein Kleiner's auch nicht aus. Weil ich hab ja auch nicht unendlich Ressourcen hier, das Ganze da, ähm, ein bisschen auszuweiten. Und dann würde ich wüsstens hier... Erstmal die Klappe zumachen, jawohl. Ähm, Puls hier wieder nehmen. So, ich weiß nicht, ob ihr schon ein Medikit nehmen solltet. Ähm... Denke erst mal nicht. Äh, dann können wir hier noch ein bisschen Munition noch mit rein. Einpacken, äh, schon mal ein bisschen Sprengstoff, äh, uns zurechteliegen, dass wir das Zeug sprengen tun, dann... Äh... Äh... Und zumindest ein bisschen Sauerstoff auffüllen. Ah, da kommt auch ne Plaston-Matrona. Deswegen, die machen ja eigentlich schon relativ Hugh-Chan, aber wenn ich sehe... Die machen, glaube ich, pro Schuss achte oder sowas... Und wenn ich sehe meinen, meinen... Aber wenn ich das jetzt hier verkacke, dann kann ich so oder so wieder nach Hause fliegen. Deswegen lassen wir das hier zumindest das erste Mal da. Ich wundere mich so oder so, warum das nicht so... Weil vorher konnte man sich immer schon mit dem Schafschutz nähe, wir... Dankeschön. Hol den mal da oben weg, ey. Der liegt mir schon die ganze Zeit auf den Sack. Deswegen, ich bin ja versucht, da mal... Eine schnelle Runde ringsherum zu machen. Allerdings ist es eigentlich soweit eingestellt. Bloß wenn ich irgendwo hängen bleibe... Dann habe ich die Arsch gerade gezogen. Dann bin ich wirklich... Scheiße dran am. Jetzt muss ich zusehen... Ja, vielleicht kann ich auch ein bisschen über den Berg schauen. Und jetzt kommt es natürlich drauf an. Ja. Jetzt sind es dann natürlich beide dran, ne? Oh, das hat sich schon mal gut angehört. Das hat sich schon mal wie einen angehört, oder? Ne. Völle Kanier erwischt, ey. Das war doch eher was bei mir gewesen, was der kaputte Jungen ist. Bestandsaufnahme, oder? Ne, es geht eigentlich noch. Ja, also ich hätte jetzt ein bisschen mehr... Erwartet an Schaden. Natürlich machen die natürlich nicht so viel Schaden. Das ist... So blöde ist das eher. Wirst du... Nein. Bei allen Dingen treffen sie auch nicht optimal. Ja. 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 dann weiß ich ja nicht wenn ich hier so schwebe zugriff ein bisschen weiter runter das ganze so dass ich ein bisschen runter schwebe hier ich darf auch nicht so steil stehen das ist ja meine türme ich dann auf den turm zugreife dann ja noch nicht ganz trick 17 vielleicht wird es damit was hat er mich jetzt hier sehen nicht dass ich jetzt hier ins menü renniere jawohl ja wohl so können wir es machen jetzt muss ich hier noch mal ein bisschen weiter nach links überslangen dass ich den scheiß baum wegkriege ich muss noch ein stückchen bisschen runter geht es ja noch nach mensch 11 muss ich drücken aber so krisen er an ue zugriff das ganz genau über den berg aber der werde ich nicht treffen den treffe ich nicht ganz so da treffe ich mich selber ich wollte schon sagen was ich will mich auch nicht so doll aus der deckung hier raus fangen er fängt er nämlich gleich wieder an zu feuern macht er das jetzt hier mit mir mit ach so hat sich ja einmal gedreht hier drei wichtigen überhaupt doch es ist ja meine fresse ich ja erst mal schluck trinken jawohl endlich waren das jetzt bloß zwei stück oder werden wir gleich sehen ach so machte ich mal hier kurz weg hier geschützt befestigte waffe müssen wir mal rausnehmen hier so sonst sind wir dann nämlich wieder ich würde mal hoffen dass er zumindest die normalen nimmt hallo jetzt hat er ja jetzt hänge ich hier fest kommst du wieder zurück hier gleich mal hier so stehen erstmal für den anfang ja ey auch nicht ab hier er hat zumindest erstmal das einige besiegt oder fertig gemacht na ey hallo warum willst du denn warum machst du nicht das was ich hier will setz dich mal ab hier Kollege na komm ey du sollst doch bloß hier oben auf dem ding stehen bleiben ey so mach dich mal ab hier setz dich mal ab Kollege entspann dich mal so bleibst du jetzt ja stehen hier oder was weil jetzt gehen wir rein erstmal so weit ne ich würde sagen das machen wir in der nächsten Folge wir haben es erstmal so weit geschafft und dann sehen wir uns beim nächsten Mal also bis dahin dann ciao bis dahin